so wir sind wieder da wo wir gestern stehen geblieben sind gestern habe ich noch keine schmalz mehr da habe ich keine lust mehr gehabt das jetzt noch einmal anzugehen so um zwei müssen wir wieder da vorne hin auf den turm hinauf schauen wir noch mal schnell woher das war und muss noch zu genau das ist ja die dinge muss dahinten um zu dem schönen teil da wird dann machen wir das einmal weil es dreimal nicht geschafft ist aber dann ist mir die lust vergangen jetzt wird euch noch ein bisschen gelöscht so so ich weiß ich weiß ich weiß Ich komm schon, um den Generator zu eliminieren, das machen wir jetzt schnell, so, es schaut einfach so genial aus, das ist so arg bei dem Spiel, so, wir steigen den Baum hoch, den Berg hoch, ja da ist ein Ehrenbad, das da drin versteht sich gerade, wo ist noch der Eingang? Ich will einmal kurz schauen, ob es da zufällig einen Eingang gibt, nein, wohl, weil da sind diese komischen Wiesl, sonst interessiert mich das nicht, aber wenn der gerade da liegt, so, wo müssen wir jetzt hin, da fuhre ich nicht um, höher oder nicht höher, oder ist der Generator, oder wo wir hin müssen? Ich kann mich jetzt nicht erinnern. So. 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 Die holen wir die günstige Kachel rein, weil die andere ist jetzt teuer. So, noch eine. Und noch eine. Jetzt habe ich keinen Waffensteckplatz mehr, wurscht, muss ich mal da her. Jetzt wird es hier fallen, weil ich nichts habe. Attachments, was haben wir denn noch? Einen Grenatenslot, was kostet der? Der kostet 3.000. Warte ich mir mal erst noch holen. Definitiv holen wir einen Helfkanister. Jetzt habe ich mal geschaut, was der kostet. 300, das ist jetzt nicht so schlimm. Den nehmen wir natürlich auch mit. Dann nehmen wir die Waffen auch noch mit. Dann haben wir zumindest vier Stück. So, wie hat jetzt gesagt. Wir schauen, wo wir hin müssen, da her. So, wo ist denn der Sitz da? Nicht schießen. Der ist jetzt weg. Oder? Wollte ich mir eigentlich nur Gas geben. So. So. Da sind wir jetzt im Turm. Die ersten kann man sich noch fast überall festhalten. Das wird dann sehr erschwert werden im Wälderenspiel. Das wird dann kaputt werden. Da sind wir mal wieder kaputt. Na. Da kommen leider keine Waffen mehr, wenn ich so stehe. Das war leider wieder einmal erwischt. Wenigstens sind wir schon einmal fertig. Meine Waffen habe ich noch mit. Jetzt machen wir das anders. Bin ich da erst letztes Mal gestorben? Okay. Also wenn man sich viel mehr Zeit nimmt bei dem Spiel, dann kann man eindeutig vorsichtig die Waffen und alles schon besorgen. Man muss sich ein bisschen mehr Sachen besorgen, damit man sich dann mehr Waffen tragen kann. Oh, falsche Richtung. So, ich komme noch einmal. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Jetzt bin ich mitten herum. Wie das jetzt geschafft. So, das ist aber trotzdem gut. Jetzt schalten wir wieder einmal den Bildschirm an. Dass wir die Gegner sehen. So, jetzt müssen wir schauen, da sind, da sind jetzt drei. Ich kann mich noch nicht mehr erinnern, ob die da sind. Aber da muss ich wirklich nur auf den Turm. Ich glaube, ich muss bei den ersten nur auf den Turm. So, schauen wir uns das einmal an. Wo das jetzt ist, das ist da hinten. Da kann man nämlich nirgendwo aufgehen. Ich muss da auf diesen hohen Turm da oben. Okay. Sollte jetzt nicht das Problem werden, oder? Nachdem wir schon einmal da oben sind. Schauen wir mal, was wir da alles kriegen haben. Hier sind noch acht Schusser, wenn sie sicher wird. Passt. Der eine hätte mir geschultert geworfen. Und da ist der Freund zerrückt. Ich weiß aber nicht, ob die geworfen wird. Das war nicht so schlecht. Drei Schuss. Der war ledig. Hoppala. Das wollten wir eigentlich nicht. Dass wir noch wen aufgehen können. So. Ich hab da schon wieder eine Idee. Die. Die verfolgen die nämlich, Gott sei Dank mit. Irgendwie stört mir die Wofen, dass sie sie in der Hand halten. So. Dann haben wir alles geschafft. Dann haben wir Energie. Einen habe ich noch. Dann hätte ich gesagt, jetzt sind wir da. So. Wir gehen noch höher hinauf. Ah ja, da sind wirklich noch Workbenches. Aber das Gute ist, ich glaube ich muss mich einmal da herstellen. Jetzt ist das Grün. Sollte ich jetzt wieder drauf gehen, kann ich von da weiterspielen. So. So. Jetzt haben wir ja schon bald da drüber hin müssen. Dort. Und ich hätte gesagt, mir macht das Sinn von dort hin zu gehen. Nein. So. 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 Jetzt haben wir ja schon bald da drüber hin müssen. Jetzt lasse ich die Wofen weg, weil das nervt, wenn ich die Hände nicht frei habe. So. Und dort müssen wir hin. Okay. Und ich hoffe, dass das Teil dort besteigbar ist. Das ist ja außen. Ich will da ja gar nicht großartig irgendwo hin. Wenn ich einfach dort nur dort hin muss, um das Spiel zu beenden. Also zumindest einmal das Level. Wow. So. Wir fliegen da hin. Also das haben sie echt zugegeben gemacht. Mit der Fliegerei und so. Das ist echt absoluter Traum. So. Was haben wir denn da drin warfen? Da ist irgendwas Grünes drinnen. Ist das das Herz? Weil irgendwo ist meistens eben dieses Teil versteckt man. Man braucht meistens oft einen Schlüssel. Man braucht meistens oft einen Schlüssel. Das ist aber zu. Das ist natürlich schlecht. So ist das nicht mehr. Das ist ein Wahnsinn, dass ich mich da echt nicht mehr daran erinnern kann. Okay. Da ist wieder der Gleiter. Aber mit dem können wir jetzt natürlich nicht wegfahren. sondern ich glaube, ich glaube, ich muss da jetzt runter. Und da unten drin relativ viel Arbeit leisten. Ich weiß es schon wieder. So. So. Wir müssen mal kämpfen. Da ist das keine Chance. So. 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 So gut wie gar nichts. Jetzt sind wir da runter, die uns die Waffen schnappen. so. 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 So, das sieht schon gut aus. ich nehme mit, so und darin ist irgendwie so ein Oranger, da hinten und das sind die einfach zum Aktivieren, so hat er es, ah, jetzt bräuchten Schlüssel, das haben wir nicht so schlecht gemacht, da muss ich hin, das hat dir gepasst. So, und jetzt müssen wir den Schlüssel bringen, aber wo ist er? Hey guys, no time for hacking, it looks like the warship just locked on to your location, they're deploying a Goliath commander, Goliaths are nearly indestructible, and they have command over all other Tempest troops, which means they'll have backup. So, der will im Hürer dieses Dienste haben, dieses Ei, und das ist da irgendwo auf dem, irgendwo ist er, sie kann mich noch nicht erinnern, wo, aber das kann ich nicht so weit weg gewesen sein, oder doch, stellen wir ihn da ins Versteckte. So, dann schauen wir nochmal auf dem Map, was ist denn da gezeichnet? Was ist das eigentlich, bin ich gestorben, oder ist der zufällig? Jetzt sagt mir da vorne, Achtung, warum? Ich bin da vorne. Ja, du kannst schon kommen und wir haben wenigstens Angst. So, ich glaube, ich habe mir hier mal ein bisschen Wofen geklappt. Gucken wir schon die nächsten zwei. So, ich glaube, jetzt wird es Zeit zum Opal. Wo findet jetzt das aus? Ich bin ganz fertig, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Das zeigt nichts an. Der Enkel wird ja schon längst fertig sein mit euch. Mit dem netten Spül. So. Oh, wir haben jetzt wieder geschossen. Und das war schon so. So. Na, da sind noch die Wofen drin. Mit dem fange ich nichts an. Da oben ist das Schiff. Ja, das hört nichts an. Ich muss das so hin. Schau, ein Okulszeichen. Dass Absicht war. So. Na, jetzt zeigt mir eindeutig da vorne den Pfeiler. Es war Absicht. Das war hundertprozentig Absicht, dass du dazuerst hergeführt wirst. So. Jetzt ist das andere wieder weg. Ich finde das schon. Keine Angst. Wo ist das versteckt? Oh, das ist schon ein Vierer, der ist schon ziemlich stark. Irgendwo. Das war sicher nicht ganz unten. Da ist es echt ganz unten. Mit dem wow! Ja. Ja. Aber da oben passiert ja nicht. Okay. So, genauer Dome ist mal hin. So, es ist kein Hörter, wo er nicht ist. Was ist das? Was macht er das, Kassi? Das macht sowieso keinen Sinn. So, erst einmal, dass ich ein Spülern verabbrüche. Ich mag nicht mehr, wenn ich weiß, wo ich hin muss. Macht das alles keinen Sinn. So, mal ein bisschen lesen. Das steht da stehen, Defeat der Commander, das ist meine Mission. Alles klar. So, den Commander, von dem brauchen wir einen Haufen gute Wochen. So, voll mit Wurfen, voll mit Energie. Okay, dann gehen wir's an. Schnappen wir uns den Commander. So, das machen wir schon. Das ist doch die erste Tonne, das ist eine Wötka. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So. 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 So, die müssen jetzt rauf. zum Commander. Das wird ja noch sehr lustig. So, die müssen jetzt eigentlich auf den Hiegel drücken, gell? Das wird immer am leichtesten. So, wenn wir so mal fliegen. So. So, der wird immer da her, immer da her. So, wir sind wieder da, wo wir hinwollen und jetzt müssen wir den Commander schnappen. Der Commander ist da vorne, da kommt er ja. Jetzt geht's los jetzt. Wow. Ah, der hat die frühe Hand. So. So. Der ist ja schon fast hin. Dann ist er weg, so. So. Das heißt, ich soll den Commander vernichten. Das war der Trick. Eigentlich braucht man nur der Office schauen auf Settings und dann weiß man was es geht. So. Aber wie mach ich das jetzt? Ich geh da so die Flitter mal näher hin. Und hoppala. So. Wir schauen. Kann ich da aufstellen? Das ist gut. Ich glaube, das sind noch zu viele Gegner. Und Granaten, sowas habe ich noch. Wenn da so viel Zeit nicht läuft. Dann geht's mal Elena rüber. Okay. What are you doing here? What are you doing? The commander has signaled for a drone drop. Input, Commander, Verstärkung der Drohnen. Okay, das ist aber weniger schlimm. So. 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 Ich bin mir wohl von mir drauf. Der kleine Drohnergang. So, wenn der Energie schaut, sieht er schlecht aus und da ist jetzt nichts zum Kaffeln. So, dann schauen wir mal was wir haben, die sind super finde ich, aber wieviel habe ich jetzt, 11 oder 10.000, dann nehmen wir es aber dem Arm einmal eine gute. Wo ist jetzt? So. Und wie machen wir heute? Ja, ist mir gut. So, dann haben wir es geschafft. So. 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 Wow. 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 Hier geht nur die Kohle aus. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, hier habt ihr den Schlüssel. Das geht zwar rund jetzt. Haha. Yes. So. So. Jetzt ist es ein. Oh, jetzt bin ich gestorben. Okay, macht aber nichts, weil ich bin eh da, wo ich hin muss. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es mir nicht weh getan hat. So. So. Ich hätte gesagt, ich hab's geschafft. Ich bin wieder im Raumschiff und wir fahren zurück zum Camp. Und das war's. Wir haben das erste Level geschafft. Und wie es jetzt weitergeht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So. So, das ist ja noch lustig so. Dann retten wir den da noch. Das ist das Spire, das ist das Bösen. Das sind jetzt diese einzelnen Türme. Ich hab's geschafft. So. 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 Und jetzt hab ich genau das geschafft, was ich haben wollte. Und jetzt bin ich durchgekommen. Es war zart. Aber ich bin durch. Passt. Das Level geschafft. System Shell rebooting. System Scan initiating. Observation. All physical characteristics exceed last recorded parameters. Und jetzt geht's eben da weiter. Jetzt kommst du ins nächste Level, was ich weiß. Jetzt kommt man wieder auf die Insel. Und man hat jetzt wirklich nur vier Tage und acht Stunden Zeit, das nächste Level zu spüren. Sonst wird das irgendwie zurücksetzt. Das hab ich noch nicht ganz überriesen. Aber es ist lustig, es macht Spaß. Ja, also wir sind wieder am Anfang. Jetzt wird's echt Zeit für ein Fazit. Dankeschön. Tschüss. Baba. Es ist wieder zwölf Uhr in der Nacht. Und wir haben Stormland das erste Level durchgespielt. So wie es haben wollt. Also das ganze Spiel hat es glaube ich vier Stunden gedauert. Es ist wirklich ein Spitzenspiel. Also jeder der es nicht hat, es kostet 40 Euro. Zahlt sich aber aus. Weil es ist wirklich ausgesprochen gut. Es ist wirklich ausgesprochen gut. Man kann das Spiel spülen. Man hat sich gesehen jetzt die ganzen vier Stunden, was ich jetzt gespült habe. Es ist Action dabei. Es ist Springen dabei. Es ist Aufrüsten dabei. Es ist wirklich alles dabei. Und jetzt noch am Ende von dem Spiel geht es jetzt wieder so weiter wie vorher. Jetzt fängt man wieder von vorne an. Also erst wieder ein paar Level spülen. Diese Eierzahn klauben. Die Inseln fertig machen. Die Raketen suchen. Und dann wieder zum Schluss auf das Bayer. Und dort wieder das Eis suchen. Das freischalten. Und dann explodiert das ganze. Und dann kommt man wieder zurück. Und dann geht es das nächste Level. Und nächste Level. Und nächste Level. Das funktioniert die ganze Zeit so. Aber es ist einfach gut. Es ist wenn man so am Abend sagt. Nach der Arbeit ich will ein bisschen noch durch die Gegend schießen. Ist das Spiel recht gut. Okay. Das war's. Das kriegt natürlich von mir eindeutig einen Daumen hoch. Tschüss. Baba. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.